In einem neuen Loppy bin ich jetzt. Ja, kannst du dich abholen, wenn du willst. Ich bin einmal im Apartment. Bin ich. Da bin ich jetzt, da join ich jetzt immer neuerdings. Aber ich glaube, ich nehme den Nobelen Helikopter. Mit Champagner, bitte. Ja, ja. Sehr gut, der gefällt mir. So. Oh, Eismoor einkauf. Geh mal jetzt erstmal dann einkaufen, ja, hm? Einkaufen macht Spaß, yeah. Oh, komm, wo du bist. Auf die Karte. Falsche Taster, verdammt. Shit, warte mal, hier. So. Wo bist du denn, mein kleiner? Wo bist du denn? Juhu. Ich sehe gar nicht, wo bist du denn jetzt hier? Siehst du mich? Ähm, muss kurz machen. Was? Ähm, Stil. Ne, nicht das. Born. Mace Bank. Ja, Mace Bank Tower. Ja, ich sehe dich, da bist du. Hier sind nur sechs Spieler, sehe ich gerade online. Ah, das ist ja ideal. Ja. Sehr wenige. Ein Glück. Was haben wir noch für Missionen? Hier kann man übelst viel machen, Alter. Ja, sehe ich gerade. Ausgesuchte Gegner-Modus. Nö. Area-Serie, Apartment-Besitz. Apartment eines Freundes. Okay. Du hast zwei Apartments. Ja, ne, eins. Wenn ich das andere dann... Tja, keine Ahnung. Das sind mir merkwürdig. Hä? Ich fliege jetzt gerade an deinem Haus vorbei, aber ich muss noch was abholen. Okay. Ich sehe es ja gerade auf der Karte. Ich gucke mir gerade mal die Karte an. Was haben wir hier? Einkaufladen. Was ist das? Nachtclub. Einer ist Konkurrenten. Da kann ich dir ja mal ein bisschen mehr. Kann ich dir ja mal zeigen. Läuft ziemlich coole Musik. Mhm. Das ist schön. Was ist denn das hier? Area, Arena, okay. Ah, da kann man ein Motorrad drin machen, oder was? Spieler 2 bis 16, offen, ab Rang 1. Das ist gut. Ab Rang 5. Oh, bin ich denn Rang 5 schon? Mit dem teuersten und nobelsten Helikopter in Gesamt-GTA. Bitte? Mit dem teuersten und nobelsten Helikopter in Gesamt-GTA. So muss das sein. Muss das Riesenrein, oder habe ich keinen Bock. Wenn du nicht mal mein Kunde bist. Ich meine, du nimmst mir ja keinen Koks ab. Nö. Ja. Du zahlst auch nicht 200.000 Dollar dafür. Nö. So. Na, was ist das jetzt hier ein Rennen? Das ist Papamobile, ist nicht da. Also jetzt ist es da. Ah, okay, cool. Mhm. Guck dir ein Live in the Mod? Nee, Live in the Wood. War das das? Nee, das war es was anderes. Ich überlege gerade, wie das andere GTA heißt, was ich da gespielt habe. Anderen Modus. Achtung, Achtung, Achtung. Bist du schon da? Ja. Alles klar. Einsteigen. Einsteigen. Oh, im nobelsten. Oh, geil. Scheiße. Geile Scheiße. Tschüss. Oh, jetzt gehen wir es mal rein. Erst mal was trinken hier. Dann öffnen wir mal eine Flasche hier. Die ist sogar schon auf. Geil. So muss das sein. So muss das sein. Prost. Prostata. Erledige die meisten Spieler. Nee, andere Spieler. Rund um vier erledigen. Die mit ihrem Krieg immer hier. Die fordern dich immer auf, dass du Krieg führen musst. Uh, ja. Tschkup, 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 tschkup. Ja, steck nochmal Stucke hier. Was ist das? Um in den... Ey, ich kann sogar nicht mehr zuürfen, ja. Oh, geil. Oh, 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 lolia. Oh, was ist denn hier schön? Willst du jetzt essen und trinken? Was gibt es denn hier beim Finanzen? Suboptimal. Suboptimal. Okay, da gibt es noch mehr. Ich versuche hier gerade irgendwie zu landen. Das ist aber gar nicht so leicht. Mittel, billig, neu. Oh, neu. Eins, Millionen. Also eine Million hat er. Für zehn Autos. Boah, eine Million kostet das Haus. Ist schon nobel. Hä? Wir werden gleich landen. Oder zumindest irgendwie... Okay, wir werden gleich landen. Gelandet. Gelandet, aussteigen. Hey, girl. Hey. Du musst leider Eintritt zahlen. Wie teuer? 100 Dollar. Alter. Abzocke. Ne, ich lade dich ein. Belad mich mal ein. Hab ich schon. Gut. Uuuh, geil. Geile Mucke, Alter. Gefällt mir. Hab deinen berühmten DJ. Entschuldige. Hey, ich kann hier nicht rein. Du musst Eintritt zahlen. Ja, 100 Dollar mach. Gib mir Geld. Ne, wie mache ich denn das? Achso, ich muss hier vorne. Achso. Gib mir Geld. Alter, du. Hey, wir haben dich. Hey, hey. Ciao. Verdammtes B, Alter. Jo, Meister, hä? Guck nicht so mit deinen Augen. Weg hier, Alter. Ich tanze grad. Geil. Geil, Alter. Oh, schön, ja. Was, welcher ist? Toll. So muss das sein. Ich kann aber auch keine Waffen nehmen. Schade. Tanzen. Woher? Oh, geil. Geil. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ich muss hier über die Maus drücken. Ich muss hier über die Maus drücken. Ich muss hier über die Maus drücken. Was heißt lila? Ach, keine Ahnung. Bum, 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 bum. Moment. Intensität, ey. Hm. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Ich soll Tab drücken. Also, ich war in meinem Privatraum. Ist ja noch ein Privatraum. Du hast aber gut hier. Geil, Alter. Oh, das ist schön. Ach, Diskotheken. Da kann ich lange, viele Geschichten erzählen. Was ich da erlebt schon hab. In meinem Real-Life-Leben. Oh, ich find das so geil. Ich will mal was trinken jetzt hier. Wie kann man aufhören mit Hansen? Gar nicht. Hä? Wieso gar nicht, Alter? Doch. ESC. C? Er kommt zu mir. ESC. ESC? ESC. Nö. ESC. ESC. Hä? Nö. Du musst lauter sprechen. Ich hör dich schwer. Hä? Bitte? Escape. Alles klar, jetzt hab ich's. Ah, jetzt hab ich's. Alles klar, danke. Wo ist ein Bier? Ist Bier kostenlos? Ist für free? Okay. Gibt's hier überhaupt Bier? Was ist das für ein Club, Alter? Jetzt gehen wir mal nach oben. Ach, hier oben gibt's was zu trinken. Scheint so. So. Gib mal aus dem Weg, ihr. Halbstarken. Lass mich hier durch. Alter, was seid ihr denn hier für Küken, Alter? Ich will was trinken. Die Meisterin. Hallo. Ich nehm erstmal. Boah, ist ja aber teuer, Alter. Was? 3000. Ich nehm erstmal. Hm. E-Whiskey. 190 Euro E-Whiskey. Äh, 190 Dollar, Alter. Voll teuer. Bitte? Champagner für 500.000. Ah, ja. Das hast du selbst festgelegt, die Preise, oder? Ich hab mir das Whiskey gerade getrunken. Boah, ich muss dich lauter machen. Warte mal kurz.